Servus, Erlebnis Urlaub Elba startet. Erlebnis Urlaub Elba startet. Bergstaad in Südtirol. St. Andrea, der Strand mit Kruten, also das ist atemberaubend. Erlebnis Urlaub Elba startet. Erlebnis Urlaub Elba startet. Das ist der Strand von Santa André. Erlebnis Urlaub Elba startet. Erlebnis Urlaub. Erlebnis Urlaub Elba startet. Erlebnis Urlaub. 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 Er Learn accusation. Erlebnis Urlaub. Erlebnis Urlaub. So, jetzt gehen wir wieder so Treppen offen und dann jetzt, was ist da los? Ich glaube, da sind ein paar Stockkamera gekriegt. Warte, um geht es weiter. Ich glaube es, ich gleich. Da geht es jetzt ungefähr 1, 2, 3, 4, zwischen 4 und 5 Meter offen. Okay, da geht es weiter. Wir werden dann mal schauen, was sie machen lassen. Da sind bei der Insel Hivare so Lücher raus, da sind wir nicht drin gekriegt gewesen. Schau, es ist schon geschnackt, dunkel wächst. Schauen wir, dass wir anfangen. Wir machen. Los geht es ohne Körbren. Wir brauchen die Körbrens.